Hallo und herzlich willkommen Leute zurück zu Pony Insel Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben Und in der letzten Folge war ich irgendwie ein bisschen blöd Denn ja, hier steht Enter Back, weil hier müssen wir noch gar nicht hin Und dann gebe ich Back ein und dann kommen wir hier zurück So, denn ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben Und in den Optionen habe ich etwas übersehen Und dann machen wir mal das ganze Zeug hier wieder weg So, weg, weg Oh, ok Ja, und hier steht Advanced Options Das können wir jetzt hier Advanced und Options Wo ist das Zeug? Option, Option, Option Äh, Options Wo ist Option? Äh, hier steht kein Option Äh, ah hier Options So, Advanced Options Und das können wir jetzt machen Advanced Audio Äh, what the fuck Game Jam Musik Alles lauter Level Up Noise Bäh, 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 bäh Hellfire Äh, Level 1 Musik Bäh What the f- Äh, what, äh Ich, ok, ok, ok Wir lassen es einfach geschehen Print Ticket Äh, also Errung, äh, Errungenschaft freigeschaltet That's the Ticket Äh, Advanced Gameplay Äh, Old Prototype What? Pony Blades Äh, Unlimited Unendlich Munition Okay, Pony Mobile Äh, hier, dort, überall Weil dort und noch da Und ich bin sehr verwirrt Äh, Really Used Option Äh, äh, ja Ähm, jetzt ist es irgendwie ziemlich verkehrt Äh, hä, äh Sicher-, 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 Sicherheits- Äh, äh, Einstellungen Äh, äh, Parental Controls Was so Äh, a load on Earth No, maybe I don't care Can you repeat The question Äh, äh, keine Ahnung Äh, Chat ist What? Hello Ja, I'm at home Ah, yes Äh, okay, also hier können wir den ganzen Chat sehen Äh, ja, ich bin At home ist mein Name I'm at home Ja, da hatte ich ver- Who mit Ja Wer verwechselt, ähm Code Storage Code Storage Wrecking Souls Äh, ganz viele Codes Aha, ja Ich bin, ähm, sehr verwirrt Äh, Passwort-Info Ah, Baphomet Aha, ich glaube, ich weiß Okay Baphomet Äh Baphomet Paphomet Baphomet Correct Behold Wee Wbut the fuck no you man was wer war ich wendet wo bin ich dann wann bin ich gestorben wer tötete mich ich habe keine ahnung wer hat dich getötet killer hat dich getötet einen mörder ja wer bist du teufel you may ask only one ok kann ich vielleicht nicht zurückgehen noch irgendwas machen es hilft mir hier irgendwas also hier sind wieder die advanced options das bringt mir wahrscheinlich nichts mehr ich meine ich bin sehr verwirrt hier passwort info war von mir immer noch okay das sicher erst jetzt erstes bild hier chat history wahrscheinlich in diese kleine szene die wir gesehen haben war irgendein hinweis kann ich dir vielleicht irgendwie noch mal wiederholen wir können auch einfach mal noch mal starten was bestimmt nicht klappen wird das wird nichts ich kann mich sterben lassen töten lassen okay optionen helfen mir nicht weiter ja so kann ich hoch ein of dracus jetzt wer war ich wenn die drei drei war ja wann bin ich gestorben kann 1985 ich möchte gerne irgendwelche hinweise haben wenn du es mir ich war ich bin verwirrt ja keine ahnung ich weiß doch eh nicht wann du gestorben bist irgendwie so ja da bin ich wieder und ja ich probiere mal was aus denn hier habe ich gerade die seite von spiel tipps offen ja okay wir gehen mal optionen hier hier zwar irgendwann hier was glaube ich äh ja hier dann ähm ja hier dann äh ja und dann hier glaube ich hier glaube ich Ich will Ponylaser aktivieren! Ich will Ponylaser aktivieren! Nein, mach doch! Nein! Really? Lass mich doch! Sag mal, was ist hier? Ah! Okay, dann mein Mandat wieder weg, das wieder weg. Hier, zack! Äh, zack! Dann kann ich ja nur noch die zwei... Das bringt irgendwie nicht zu viel. Okay, aber das geht dann irgendwie... Das geht doch irgendwie gar nicht. Hä? Okay. Ähm... Hm? Hm... Ah, okay, ich... Oh, äh... Okay, nein... Ah! Aha! Okay! Ja, tut mir leid, wenn ich so auf Spiele-Tipp schaue, aber... Ich will echt nicht so lange rum... Äh... Äh... Ja, irgendwo feststecken. Denn das ist nicht so toll, irgendwie. Das schätze ich. Okay. Äh, geht's jetzt trotzdem? Ja, okay. Zack! 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 Oh nein, das geht doch nicht! Ich muss doch... Äh... So! So! Äh... Nein! Oh, Mann! Äh... Oh! Das ist doch so nervig! Zack! Zack! Oh, Mann! Ja, Mann! Hm! Jetzt weg! So! Zack! Zack! So! So! Mhm! Okay! Äh... Hier! 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 Und... Dort! Oh Gott! Wee! Wir haben es geschafft! Ponylaser! Jetzt lass mich doch mal die Ponylaser aktivieren! Sag mal, will der mich verarschen? Mann! Äh... 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 Ich hab das doch gem... Hier nochmal! Äh... Wirklich! Was ist das denn für ein Scheiß hier? Ähm... Zack! Äh... Zack! Zack! Da... 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 So... So... So! Okay! So, jetzt komm ich wahrscheinlich alleine wieder klar! Ah, das geht... Das geht immer eins näher! Und dann irgendwann kann ich das... So, da ist das nächste! Boah! WTF! Ja, wir müssen da runter! Das wird... Nice! Das wird's ja nice! Das wird nice! Das wird nice! Sag ich euch! Das sag ich euch! Das wird's ja nice! Äh... Irgendwie... Bla... So... Da... Da... Äh... Äh... Nein! Ich bin... Äh... Ich bin... Ich bin sehr verwirrt! Okay! Nein! Äh... Ich bin... Äh... Ich bin mentalisch am Ende gerade! Okay! Ähm... Jetzt... Nachdenken! Also, was kann das... Äh... Okay! Das muss hier... Dann muss als nächstes... Das da weg! Und die der Kacke da rein! So! Da ist das Schlüssel! Äh... Äh... Haha! Nicht so schnell, mein Freundchen! So! Dann einmal... Zack! Zack! Und jetzt? Zack! Zack! Huhu! Ponylaser! Huhu! Hahaha! Alles zerstören hier! Irgendwie... Zack! Zack! Go back in... Go back in and turn that! Okay! You can't play with that! Du kannst nicht spielen damit! Äh... Doch! Wie du siehst, kann ich's? Ein Augenblick mal... Ich mach schon mein... Ding wieder hin! Mein... Äh... Stoppuhr! Scheiße! Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme! Ich hatte die nämlich pausiert! Okay! Ähm... Optionen... Äh... Startgame! So haben wir jetzt die Laser und können alle zerstören! Ah! Ah! Ja! Oh! Äh... Oh! Ich bin... Okay! Ich hab's nicht geschafft! Startgame! Nochmal! Uhuhu! Uhuhu! Das ist... Fresh! Oh! So! Zack! Haha! Ihr werdet... Du wirst nicht gewinnen! Blödes Spiel! Uh! Zack! Uh, ich möchte das haben! Nein! Man! Uh, das war knapp! Nein, verdammt. Ja, wieder von vorne, really? Oh man, okay. So, weg mit euch. Ihr scheiß Viecher. Nein, das war knapp. Nein, pff. Nur ein Leben. Ja, ich krieg's so trotzdem nicht hin. So, zack. Verreckt, ihr scheiß Viecher. So. Nein, oh, das war knapp. Okay, komm schon, wir haben's fast. Oh, das war knapp. So, zack. So, einmal alle zerstören. Oh, okay, wir haben's noch geschafft. Continue. Oh, was? Hm, okay. Äh. Okay, es geht weiter. Hä? Was? Nein. Ah, okay, ich hab eins übersehen. So, zack. Da oben. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Okay, die wollen sich eigentlich auch gar nicht verstecken. verreckt. Ja, wir knallen die alle ab mit Laser. Ah, nein, ich wollte es haben. So, ihr aussterben. Ihr sollt alle sterben. Boah, das war knapp. Boah, das war knapp. Zack, 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 aus. So, stirbt ihr Scheißviel. So, zack. Einmal euch zerstückeln. Na, vor allem wenn ich die mit dem Laser abschieße, dann laggt es ein bisschen. Uh, ich habe irgendein... Ah, ich habe ein Ticket gefunden. Nein, oh, das war so knapp. So, zack. Uh, da wieder zwei. Hier oben sind wieder ein Haufen. Okay, zack, zack. Ich habe es gleich. Komm schon, bitte. Jawohl. You cheated. You cheated. Ja, hallo, du lässt uns ja nicht gewinnen. Uh, äh, savo... Is der PC kaputt? I made it in. It seems he is distracted. This is so our chance. Chance. Uh, ich sehe... Ich sehe eine Menge zu... What? This is it. This is the core file. That looks like a demon over there. It's a kind of defense that he set up to guard the file. Shouldn't be a problem, science. It's locked up. Strange. Strange. Wait, what? Uh, what the f... Ich, uh... Klar, wieso nicht? Oh, surtout... Greetings, mortal. This is... This is... What? this would be easy nein ich glaube nicht das einfach wird ja witzig okay really okay okay das war okay child's play kinderspiel ja du wirst not break an oder ich werde kein anderes brechen ja das werden wir noch sehen das werden wir sehen mein schlavin ja das teil hier will es verhindern dass wir es machen runter nein das kommt hier nein lässt du das mal nein ja der hält es fest ernsthaft er will mir doch wer alle marken ok ja also super hier die schnauze halt die schnauze weg damit ja ok nein was der helst schon wieder ich ok ich krieg das schon irgendwie nein 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 immer gleich löder mal auf damit man mag das nicht mehr ok so 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 ha 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 zack wir sind einfach nur profis you have luck on your side nein ich habe kein glück das ist mein können das ist mein skill but i am the greater mine hallo die schnauze manu kannst gar nichts ja aber ich würde sagen ich bin hier erst einmal die folge ich habe keine ahnung wie lange ich aufnehme also ich noch versuchen die anderen zu brechen ich habe keine ahnung ob ich das nur machen soll hey man maus bitte hör auf zu spinnen nein ich würde sagen ich bin hier erst einmal die folge liegt es an meiner maus das spart meine maus oder kann ich da nicht rein in dieses viereck ich glaube ich kann nicht in dieses viereck ja ja aber ich würde sagen ich bin hier erst einmal die folgen die folge ja die zwei schlösser werden wir in der nächsten folge knacken und das wird sehr easy sein und ja ich hoffe euch hat es gefallen ich will mich sehr über eine positive bewerbung über einen kommentar und natürlich ein abo nicht vergessen dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis in der nächsten folge wieder bis dahin ciao